Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Bildbesprechung und am Anfang wie immer der Hinweis, wenn ihr möchtet, dass ich mir eure Bilder anschaue, sie hier bespreche, dann schickt sie mir zu unter der E-Mail-Adresse frank.astrofotocolon.de Bitte ein 16-Bit-TIV, also eure finale Bearbeitung als 16-Bit-TIV schicken und zusätzlich könnt ihr mir gerne noch ein Rohbild schicken, also das Rohbild direkt nach dem Stack. Das sind die beiden wichtigsten Bilder eigentlich, die interessantesten Bilder, um wirklich zu schauen, wie ihr bei der Bildbearbeitung vorgegangen seid. Dann natürlich Bilddaten, Aufnahmeinstrumente, Aufnahmezeit etc. pp. Das Ganze dann per WeTransfer, Dropbox oder was es noch alles gibt, mir zuschicken. Google Drive gibt es ja auch noch. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, mir die Bilder zukommen zu lassen, aber bitte nicht irgendwie ein kleines JPEG schicken, damit kann ich wenig anfangen. Gut, gleich zum ersten Bild. Das kommt von Dieter Ludwig. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn schon einmal dabei hatte. Ich glaube aber, es ist mittlerweile sein drittes Bild bei der Bildbesprechung. Dazu muss man auch sagen, zwischen dieser Einsendung und der Bildbesprechung, die ich jetzt mache, haben Dieter und ich ein Coaching gemacht und schon über einige Sachen gesprochen. Das heißt, viele Sachen, die ich jetzt an dem Bild erkläre, habe ich dem Dieter privat sozusagen schon mitgeteilt. Nichtsdestotrotz wollen wir uns das natürlich angucken, analysieren und schauen, was man da eventuell anders machen kann. Also das ist NGC 4725. Jetzt habe ich glatt vergessen, wie diese kleine schöne Galaxie heißt. Und das ist ein schönes Pärchen, ein schönes Galaxienpärchen. Das ist natürlich irgendwie Ende März, Anfang April, glaube ich, aufgenommen. Das ist dann die beste Zeit für dieses Galaxienpärchen. Aufnahmeinstrument war ein TS Quadruplet 100 580, eine ASI 183 MC Pro kam zum Einsatz und eine 10 Micron GM 1000 HSP. Also eine richtig, richtig feine Montierung. Das Ganze sind 45 mal 600 Sekunden, also etwas über sieben Stunden aufgenommen. Gut, der Dieter schreibt mir, dass das Bild noch ziemlich bearbeitet wurde im Sinne von Entrauschen und dass er da das Ganze in PixInsight zum größten Teil gemacht hat und da noch Probleme hat mit den Methoden, die ich mir vorgeschlagen habe und deswegen auf das Tool ACDNR ausgewichen ist, weil er das immer benutzt und damit gut zurechtkommt. Ja, beurteilen wir das Bild erstmal rein technisch. Also wie ist es gemacht? Da finde ich, ist es sehr gut gemacht. Offensichtlich ist der Fokus getroffen. Offensichtlich hat die Nachführung funktioniert. Das sind so wichtige Kriterien, finde ich, nach denen man ein Bild schon mal beurteilen kann. Dann mit sieben Stunden Belichtungszeit ist das Ganze schon gut durchbelichtet. Erstaunlich finde ich, dass man trotzdem noch sehr viel Rauschen im Bild sieht. Was ich auch erstaunlich finde, ist, warum das hier so komisch gerade sich auf meinem Bildschirm verhält. Nun ja, also es rauscht noch ziemlich stark und das ist eigentlich dann ein ziemlicher Hinweis darauf, okay, es ist eine Kolorkamera, aber das heißt nicht unbedingt was, aber es ist ein ziemlicher Hinweis darauf, dass wahrscheinlich doch der Himmel nicht der dunkelste ist an deinem Ort und dementsprechend auch bei sieben Stunden dann immer noch relativ viel Rauschen zu sehen ist. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt das Bild mal ein bisschen mehr im Detail an in PixInsight. So, ich habe das Bild hier nochmal geöffnet in PixInsight. Grund ist der, dass der Dieter mir das Rohbild geschickt hat und das ist im PixInsight eigenen Format. Also müsst ihr jetzt entschuldigen, alle, die kein PixInsight haben, tut es mir leid, aber ich werde jetzt das Bild weiter in PixInsight untersuchen und vielleicht auch ein bisschen bearbeiten. Gut, wir gucken uns mal das Rohbild an. Das sieht so aus. Ich mache das mal ein bisschen größer. So. Und was man erkennt, ist eigentlich ganz gut. Das, was ich immer sage, wenn man hier in PixInsight gibt es diese Screen Transfer Function, die also das Bild, das noch lineare Bild, stretcht. Und ich sage immer, das, was man hier in dem Stretch sieht, das wird man nachher in der Bildbearbeitung auch sehen können, beziehungsweise sollte man in der Bildbearbeitung nachher sehen. Das sagt uns, wir sehen Gradienten. Wir sehen hier irgendwie einen starken dunklen grünen Gradient. Ich nehme an, das hat mit dem Verstärkerglühen der Kamera zu tun. Dann haben wir generell nach rechts ein bisschen grünen Gradienten und nach links ein bisschen purpuren Gradienten. Völlig normal ist typischer Anblick bei Gradienten so ein farbiger Verlauf. Dann haben wir hier unten noch etwas. Da haben wir so einen dunklen Streifen und unten ist es hell, wird es plötzlich wieder hell. Keine Ahnung, wo das dann herkommt. Das können irgendwie Dinge im Image-Train, also in der ganzen Kombination von Kamera und Teleskop sein, die hier vielleicht dann noch einen Einfluss spielen. Ja, aber Flat-Fielding und so, das alles ist gut gelaufen. Scheinbar, da würde ich mir erstmal keine Sorgen machen. Also, das erste, was ich machen würde, sind die Gradienten entfernen. Und das ist eben so eine Sache. Du schreibst, dass du das recht spät in deinem Workflow gemacht hast. Also nachdem du das Bild schon bearbeitet hast, bist du anschließend hingegangen und hast das Bild in Photoshop vom Gradienten befreit. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen eine Philosophie-Frage. Ich finde, dass man sowas so früh wie möglich machen sollte, wenn man denn kann. Und dafür bietet ja gerade Pixinside Möglichkeiten an. Also wir können hier im linearen Bereich schon den Gradienten verändern. Ein wahnsinnig mächtiges Tool in Pixinside ist die Dynamic Background Extraction. Ich gebe aber zu, dass man da ein bisschen Übung braucht, um die zu beherrschen. Habe da schon zwei Videos zu gemacht. Und wir sind da im Coaching auch nochmal drangegangen. Man muss von Bild zu Bild ein bisschen schauen, wie man das macht. Aber hier erstmal würde ich sagen, ist das eigentlich eine leichte Kiste. So, sage ich und mache dann was. Ich habe nämlich nicht die Dynamic Background Extraction hier mal angewendet, sondern die Automatic Background Extraction. Dann sieht das Bild so aus. Das ist immer so eine Sache, wenn man hier solche Videos macht. Und viele Leute gucken zu und man macht Sachen. Da kann man natürlich sagen, Frank, warum machst du das denn, wenn du immer predigst, irgendwie DBE anzuwenden? Ja, ganz einfach, weil DBE kostet mich irgendwie 20 Minuten Zeit. ABE kostet mich zwei Minuten Zeit. Das Ergebnis ist in DBE meistens besser. Aber damit es schnell geht, habe ich hier einfach mal ABE angewendet. Man sieht, dass hier noch was übrig bleibt. Und man sieht auch, dass hier am rechten Rand noch was übrig bleibt. Aber der grobe Gradient ist weg. Und damit können wir erstmal arbeiten. Also, wer wissen will, wie DBE funktioniert? Wie gesagt, ich habe ein sehr ausführliches Video dazu gemacht. Könnt ihr euch nochmal angucken. Damit kriegt man dann letztendlich das hier unten am Bildrand und das rechts am Bildrand auch noch weg. Außerdem, ABE führt immer dazu, dass gerade bei Galaxien der Bereich um die Galaxie selber plötzlich dunkel wird. Also, in 99 Prozent der Fälle passiert das. Deswegen einfach mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn es mal schnell gehen soll, mache ich das eben so. Dann habe ich als nächstes die Photometric Color Calibration angewandt. Ja, damit man irgendwie die richtigen Farben hinbekommt. Und dann wird das Bild ein bisschen bläulicher. Der Gelbstich geht ein bisschen weg in dem Bild. Das war mein nächster Schritt. Und eigentlich müsste man jetzt tatsächlich, oder könnte man, das ist immer, ich sage mal, könnte. Pixel Insight bietet uns die Möglichkeit, jetzt bereits zu entrauschen. Und alles, was man in so einem frühen Stadium machen kann, sollte man dann nach Möglichkeit auch machen. Das heißt aber nicht, dass man das machen muss. Letztendlich ist das euch selber überlassen. Und wenn ihr mit einem Prozess nicht klarkommt, dann lasst ihn besser weg. Keine Frage. Aber in meinem Pixel Insight Workshop erkläre ich hier, wie man schon mit Multiscale Linear Transform eine Entrauschung vornehmen kann. Also, nochmal zur Erklärung. Man kann Entrauschen relativ früh im Workflow. Und wenn man das kann, sollte man versuchen, es zu machen. Ansonsten ist Entrauschen etwas, was man recht spät im Workflow macht. Es gibt in Pixel Insight zumindest verschiedene Werkzeuge, die für diese Zwecke mehr oder weniger geeignet sind. Multiscale Linear Transform ist ein gutes Werkzeug, um im linearen Bereich zu entrauschen. Dinge wie ACDNR oder TGVD Noise sind Werkzeuge, mit denen man recht gut am Ende der Bildbearbeitung entrauschen kann. Es spricht auch überhaupt nichts dagegen, beides zu machen. Gut, auch das erspare ich mir gerade mal aus Zeitgründen. Was ich dann als nächstes gemacht habe, ist die Color Saturation erhöhen. Das mache ich immer, weil beim Stretchen die Farben etwas ausbleichen. Ja, und dann habe ich einen sogenannten Arc Scene Stretch gemacht. Und dazu muss ich jetzt hier nochmal, muss ich, nee, muss ich das mal ausschalten. So, das sieht dann so aus und da sieht man, dass jetzt langsam die Galaxie sichtbar ist im Bild und die Sternfarben eben sehr schön rauskommen hier. Und im allerletzten Schritt habe ich dann nochmal ein Histogramm gemacht und dann sieht das Ganze so aus. Und das ist jetzt, wäre mein Rohbild, mit dem ich jetzt noch irgendwie so ein paar Feinfinisher am Ende machen würde. Und die will ich euch auch noch kurz erklären. Also, ich würde versuchen, hier in der Galaxie jetzt noch ein bisschen mit den Kontrasten zu arbeiten. Also das Bild, dem fehlt noch so ein bisschen pep. Ja, aber als Ausgangsbild finde ich das sehr gut. Also wir haben den Gradienten weg. Die Sternfarben sind schon da. Die Farben in der Galaxie sind schon da. Und die Details in der Galaxie sind schon da. Was jetzt kommt, sind kleine Veränderungen, die dem Bild noch den letzten Schliff sozusagen geben. Das sind kleine Veränderungen der Gradationskurve oder eben der Details in der Galaxie. Und da gibt es hier das Werkzeug HDR Multiscale Transform. Das wendet man so an, dass man hier eine Vorschau macht. Und jetzt muss man mit den verschiedenen Methoden, die es hier gibt, rumexperimentieren. Und bei Galaxien habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesem Häkchen hier beim Medientransform. Wenn man das weg macht, muss man hier aus einigen dieser Methoden die beste raussuchen. Darüber habe ich auch bereits schon mal ein Video gemacht. Aber mit diesem Medientransform wird das hier ausgegraut. Das ist nochmal eine spezielle Methode, um Details hier zu zeigen. Da muss man das Häkchen bei D-Ringing und Lightness Mask machen. Wenn ich das jetzt mal hier draufziehe. Ja, crazy Vorfühleffekt. Ich musste mal gerade kurz das Video anhalten. Ich habe das nämlich schon vorbereitet. Natürlich habe ich das einmal ausprobiert. Dann das Video gestartet und habe gedacht, ja alles super easy. Das ist nämlich ein Problem mit diesem HDR Multiscale Transform Werkzeug. Man muss diese Preview machen. Also man muss aufpassen, dass nicht zu viel Hintergrund im Bild ist. Ansonsten verhält sich das Tool ganz anders. Und jetzt habe ich den Crop mal kleiner gewählt. Und jetzt funktioniert das Ganze erst richtig. Also ich mache mal vorher und nachher. Und ihr seht, da kommen hier die Details in den Spiralarmen und diese Dunkelbänder hier in der Nähe des Kerns kommen besser raus. Ja, und jetzt, wie kriege ich aber diese Preview wieder in mein Bild rein? Dafür gibt es ein Skript. Das heißt Substitute with Preview. Und jetzt bin ich ganz fies. Ich zeige euch nicht, wie das geht. Das zeige ich euch nämlich am Montag in meinem nächsten Video. Da geht es um dieses Skript und um das Skript Game. Und ja, das ist jetzt ein bisschen gemein. Das ist ein Cliffhanger sozusagen. Ja, das sind, wie gesagt, die Dinge, die ich noch machen würde. Dann würde ich noch ein bisschen vielleicht schärfen und dann vielleicht final entrauschen noch ein bisschen. Und ja, dann benutze halt das Werkzeug, was euch da am leichtesten fällt irgendwie in der Bearbeitung. Und viel mehr würde ich dann an dem Bild gar nicht machen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu deiner Bildbearbeitung, dann das Einzige, was mir auffällt, ist, dass du die Kontraste sehr hart gewählt hast. Übrigens sehe ich hier auch diesen dunklen Ring um die Galaxie. Also es ist eigentlich gut gemacht. Du bist von den Kontrasten sehr hart rangegangen. Und das habe ich, glaube ich, in der letzten Bildbesprechung schon mal gesagt bei einem Bild. Das ist einfach, wenn das Bild von sich aus schon nicht so viel Signal hergibt oder die Details nicht so rauskommen wollen, weil vielleicht die Aufnahmebedingungen nicht so toll sind, dann natürlicherweise versucht man mit Bildbearbeitung irgendwie mehr aus dem Bild rauszuholen. Und da muss man immer aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Also hier ist es an der Grenze. Die Sterne sind mir dann so ein bisschen zu fett geworden. Und ja, und das Rauschen ist sehr stark betont durch deine Bildbearbeitung. Man könnte aber hier im Zentrum noch ein bisschen mehr an den Details arbeiten. Das ist die einzige Kritik, die ich habe an dem Bild. So, zweites Bild für heute kommt von Dennis Kaiser. Und den Dennis hatten wir auch schon, und zwar im Januar mit M31. Jetzt hat er wieder ein Bild geschickt. Ich will natürlich wissen, ob er das, was ich damals gesagt habe, denn jetzt richtig umgesetzt hat. Und das gucken wir uns gleich an. Das ist LDN 1235, der Shark Nebula. Ja, weil er aussieht wie ein Hai. Und Aufnahmeinstrument war ein GSO 8 Zoll F4 Newton, also der Klassiker unter den Newton-Teleskopen, möchte ich mal sagen. Eine Skywatcher H EQ5 Pro, eine Canon EOS 1000D Astro-modifiziert, ein IDAS LPS2 Filter kam zum Einsatz. Und das Ganze sind 236 mal 300 Sekunden. Das sind fast 20 Stunden Belichtungszeit. Das ist mal eine Ansage. Gut, also was die Belichtungszeiten angeht, ich bin ein bisschen stolz, dass du so lange belichtet hast. Denn so ein Dunkelnebel, um den so plastisch darzustellen, auch mit diesem schönen Reflektionsnebel hier und so, also dass der so schwebt und nicht nur einfach ein Dunkelnebel ist, sondern richtig selber auch strahlt irgendwie, dazu braucht es einfach lange Belichtungszeit. Und insgesamt wirkt sich das sehr toll aus. Jetzt ist natürlich immer so eine Sache, also es wird viele Leute geben, die sagen, ey 20 Stunden Belichtungszeit, geht's denn noch? Das ist aber eben so eine Sache, also wie ich oft sage, Belichtungszeit ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Belichtungszeit. Gleiches gilt für dunklen Himmel. Die beiden stehen dann auch noch in einem Verhältnis. Also es lohnt sich einfach, wenn man wirklich irgendwie einen krassen Bildeindruck haben will am Ende. Gut, mir fallen ein paar Sachen an dem Bild auf und wenn ich die jetzt alle aufzähle, könnte man den Eindruck gewinnen, das Bild gefällt mir vielleicht nicht. Aber das stimmt nicht. Ich gucke einfach nur sehr kritisch hin und mir gefällt erstmal das Bild sehr, sehr gut. Und ich finde, du hast schon ganz, ganz viel richtig gemacht. Auch wenn ich mir deine anderen Bilder anschaue, dann finde ich da schon ganz schön viel Gutes dabei. Aber du schickst mir so Bilder ja nicht, damit du irgendwie nur Lob hörst, sondern irgendwie auch irgendwie was erfährst, was du vielleicht besser machen kannst. Und da will ich dir ein paar Anregungen geben. Also zum Ersten schreibst du, dass du irgendwie bei diesem Bild, was ich im Januar besprochen habe, das war M31. Wir könnten uns das vielleicht nochmal kurz angucken. Da ging es nämlich um die Sternabbildung. Ich habe gesagt, ich habe von Kartoffelsternen gesprochen. Ich war mir nicht sicher, woher die kommen. Also damit meinte ich so eine Herzkartoffelform. Also die sind irgendwie nicht rund, sondern irgendwie hatten hier so Ausbuchtung. So und du hast geschrieben, das hast du dir natürlich zu Herzen genommen. Wenn wir jetzt hier mal reinklicken, irgendwie sieht man das so in der Form nicht mehr. Aber es ist noch nicht so, dass die Sterne jetzt perfekt aussehen. Die sehen irgendwie immer noch komisch aus. So, jetzt hast du geschrieben, du hättest dir so ein kleines Ding, das aussieht wie ein Okular, gekauft mit einem Loch drin. Ja, das ist ein, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Sheshire oder Sheshire Okular. Das ist tatsächlich nichts anderes wie irgendwie eine Blechhülse mit einem Loch drin. Und das benutze ich auch sehr gerne zum Newton-Kolimieren. Jetzt hast du geschrieben, du hast irgendwie dein Auge dann als Spiegelbild gesehen und das irgendwie zentriert. So, ganz kurz. Es gibt tausend Anleitungen, wie man Newton justiert. Meine Methode ist die, ich mache ein weißes Blatt zwischen Fangspiegel und Hauptspiegel, damit ich keine Reflexion mehr sehe. Weil der erste Schritt ist der, ich möchte den Fangspiegel justieren. Und da möchte ich nicht abgelenkt werden von irgendwelchen Spiegelbildern. Das ist sehr verwirrend, wenn man in so Newton reinguckt, sieht man irgendwie drei, vier Spiegelbilder, sein eigenes Auge noch gespiegelt und so weiter und so fort. Und das kann einen total verwirren. Also, was ich mache, ist im ersten Schritt einfach mal den Hautspiegel komplett aus der Rechnung rausnehmen, indem ich da irgendwie was hinklemmen, dass man den nicht mehr sieht und auch dessen Reflexion nicht mehr sieht. Und dann kann man sich darauf konzentrieren, dass man sich wirklich nur den Fangspiegel anguckt, also den Sekundärspiegel und dessen Form, nicht irgendwelche Reflexionen, auch nicht das eigene Auge oder so, sondern dessen Form sich einfach anguckt. Und dann muss man mit den entsprechenden Schrauben das Ding erstmal zentrieren, also genau in die Mitte bringen, dafür sorgen, dass der exakt rund ist. Und wenn man das dann hat, dann kann man den nächsten Schritt gehen, vielleicht mit einem Laser oder so, den Hauptspiegel justieren. Aber die Fangspiegeljustage ist meiner Meinung nach der kritische Part bei der ganzen Geschichte. Und da nehme ich den Hauptspiegel erstmal komplett aus der Rechnung raus. Das verwirrt mich nur, deswegen mache ich das so. Kannst ja mal ausprobieren und dafür finde ich dieses Sheshire-Okular hervorragend. Also damit kann man super beurteilen, ob der Fangspiegel rund ist, ob er exakt in der Mitte ist, ob er ein bisschen verkippt ist, wie auch immer. Also er sollte genau rund sein, nicht elliptisch irgendwie aussehen und eben genau in der Mitte sein. Dann hast du mir zwei Sachen geschrieben. Zum einen irgendwie Rauschreduzierung scheint immer auch noch ein Thema zu sein. Das ist so ein Thema. Ich muss da nochmal drüber nachdenken, was es mit der Rauschreduzierung eigentlich ist. Warum das so ein schwieriges Thema ist und warum das teilweise echt auch emotional so aufgeladen ist, das Thema. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Es gibt in PixInsight ganz verschiedene Möglichkeiten der Rauschreduzierung. Du benutzt auch PixInsight, deswegen sage ich das. Und ja, irgendwie gerade fällt mir da jetzt irgendwie nicht mehr so viel ein. Es gab viele Diskussionen jetzt um Topaz, die Neuss irgendwie. Und irgendwie muss ich mir da mal was überlegen, da vielleicht auch mal noch eine Folge zu machen, irgendwie grundsätzlich, was Rauschreduzierung angeht. Das andere, was du schreibst, ist, du bist dir immer unsicher, was das Stretching angeht. Und das kann ich total nachvollziehen. Auch da gibt es nämlich ganz verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht gehen wir dazu einfach auch mal in PixInsight und gucken uns das an. Ja, hier auch nochmal jetzt in PixInsight. Das ist dein fertig bearbeitetes Bild. Das ist dein Rohbild und das ist jetzt mit dieser sogenannten Screen Transfer Function gestretched. Mein Gott, ist das ein Zungenbrecher. Und man sieht schön irgendwie diesen schwierigen Gradienten drin. Hast du sehr gut irgendwie bearbeitet. So ein bisschen komisch finde ich, dass hier noch so viel blau ist. Und hier unten ist auch noch ein bisschen was übrig. Aber das ist ein schwieriger Gradient, den zu entfernen. Das ist wirklich eine Kunst für sich. Und ich finde, das ist dir ganz gut gelungen. So, ich sage immer, what you see is what you get. Also was man hier in der Screen Transfer Function sieht, das gibt es auch im fertigen Bild nachher. Oder sollte es da geben, das ist dir exzellent gelungen. Dieser Nebel hier zum Beispiel, dieser Teil des Dunkelnebels und auch diese feinen Abstufungen hier. Die sind hier wirklich im Gradienten gehen, die so unter. Und du hast die gut rausgearbeitet. Also Glückwunsch. Du machst vieles schon richtig. Es gibt ein paar Dinge, die du noch verbessern kannst. Also die Sternabbildung. Da musst du irgendwie nochmal ran. Das ist immer noch nicht richtig gut. Und ich weiß nicht so genau, woran es liegt. Also Newton-Justage. Ich verlinke mal unten das Dokument von Tommy Navratil, der Eustage Primer irgendwie. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Anleitung, auch wenn der es ein bisschen anders macht wie ich. Und du kannst dir aber ja vielleicht trotzdem anschauen. So, darüber will ich aber nicht länger reden. Was ich ja, worüber ich reden wollte, ist das Stretching. So, ich finde, man sollte zuallererst mal lernen, mit dem Histogramm das zu machen. So, das ist die Basis. Jeder sollte in der Lage sein, mit einem Histogramm ein Bild zu stretchen. Über diesen sogenannten Gamma Slider. Ja, und dann in mehreren Durchgängen. Ja, wir hätten jetzt hier einiges noch an Bildbearbeitung vorher machen müssen. Die drei Farbkanäle sind total auseinander. Ich zeige einfach nur mal, wie das dann geht. Ja, dann setzt man den Schwarzpunkt hier nochmal neu. Macht vielleicht einen zweiten Durchgang. Und dann guckt man mal. So, was ich bei Farbaufnahmen mittlerweile immer mache, ist, dass ich den sogenannten Arc Scene Stretch anwende. Dazu muss ich mal ganz kurz eine Sache machen, und zwar Hintergrund einmal neutralisieren, dass die drei Farbkanäle gleich sind. Auch nicht die feine englische Art, aber nur um es zu zeigen. So, Arc Scene Stretch hilft wahnsinnig dabei, die Farben der Bilder zu retten, beziehungsweise zu behalten beim Stretch. Und ich gehe da hin und mache einen Stretch, wo man mit dem ersten Stretch so gerade eben die Nebel sehen kann. Und das wende ich dann an auf das eigentliche Bild. Und danach mache ich weiter mit der Histogramm Transformation. Ja, also jetzt würde ich dann hingehen und die Kurven mit dem Histogramm machen. So, das ist die Methode. Dann glaube ich gesehen zu haben, dass du das Mask Stretch hier angewendet hast. Da habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also bei meinem Teleskop, also bei einer kleinen Brennweite, Undersampling, finde ich, ist das komisch und bin davon wieder weg. Ja, und wenn ich aber mit langen Brennweiten arbeite, sollte ich mir das vielleicht selber nochmal angewöhnen. Also bei deinen Bildern hier kann es durchaus sein, dass es Sinn macht, irgendwie mit Mask Stretch zu arbeiten. Da würde ich dann auch hingehen, vielleicht nicht volle Pulle mit Mask Stretch arbeiten, sondern vielleicht nur den ersten Stretch mit Mask Stretch machen. Dann mit Histogramm Transformation den Rest oder andersrum. Einfach mal ausprobieren. Ja, das sind so die Dinge, die mir zu den Themen einfallen. Grundsätzlich, glaube ich, hat da jeder so seine eigene Herangehensweise. Und teilweise sind das echt verblüffende Sachen, die die Leute da machen. Extrem aufwändige Sachen beim Stretchen. Und da bin ich mir manchmal unsicher, ob das nachher wirklich den Riesenunterschied macht. Weil man kann auch im Nachhinein noch viel an der Dynamik arbeiten in so einer Welt. Ja, das fällt mir dazu ein. Hier sehe ich irgendwie ein Bearbeitungsartefakt. Keine Ahnung, wo das herkommt. Aber grundsätzlich bist du auf einem sehr guten Weg, finde ich. Und das möchte ich hier nochmal betonen.